Hi, grüß euch zu einer neuen Folge von It's Barbecue & Grill. Heute gibt es nur Geschnacke, heute reden wir nur. Ich möchte mich bei euch da draußen, bei Ull, bei jedem Einzelnen fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren recht herzlich bedanken. Ihr seid der Antrieb, warum ich das YouTube mache. Natürlich gehe ich arbeiten, aber ich versuche, dass ich einmal in der Woche für euch ein Video mache. Manchmal ist es spannender, manchmal nicht. Manchmal ist es komplizierter, manchmal wird es schon einfach. Das macht nichts, das Leben ist auch so. Ich verwende Sachen aus der Region, ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe vom Supermarkt. Ich habe kein Veggio oder Zebra oder sonst was. Ich habe normales Rind, normales Schwein. Da schaue ich, dass ich etwas mache. Manchmal ist es ein bisschen komplexer, manchmal ist es ein bisschen einfacher. Hauptsache es schmeckt. Ich wünsche allen, die da zuschauen, schöne Weihnachten, schöne Feiertage, schöne Festtage. Verbringt die Zeit mit euren Familien. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffentlich sehen wir uns wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Heinz von Let's Barclin Grill und Tschüss. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020